Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Volibear im Jungle. Mit dabei ist wieder die Penne und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Natürlich. Ja, so, anderes Thema. Warum? Weil ich aufnehme. Mir doch egal. Ich hab gedacht, wir sollen über interessante Themen sprechen. Aber nicht über persönliche. Aber von der Team-Kombo her können wir das fast nicht verlieren. Wir dürfen halt nur auf keinen Fall surrendern, weil das Late Game gehört ganz klar uns. Natürlich. Ja. Ne, ist wirklich so. Oh, der wardet wieder nicht. Mache ich das da. 30 Sekunden bis zu einer Schein in der Reisange. Das war kein Schakko. Ja, ja. 25 Spiele in Folge gewonnen. Ist klar. Ist klar. Obwohl mein Rekord ist. Obwohl mein Rekord ist aber auch nicht schlecht. Ich hatte mal 13 Siege in Folge. Also alles Ranked-Siege. Das war auch heftig. Aber weißt du noch, äh, hier das erste Mal wie wir zusammengespielt haben, wo ich auch so eine Siegesrange hatte? Mhm. Aber ich glaub das waren keine 13 Spiele. Ne. Waren mindestens 30. Mindestens. Also wenn nicht sogar, ne. Also, also, ne. Also als Support sowas zu schaffen, ja, musst du immer verdoppeln. Haha, das stimmt. Naja, dafür hab ich dann aber 40 am Stück verloren. Hähe. Haja. Auch nicht schlecht. Wer kann, der kann, ne. Ja, ja. Äh, Schakko. Ich hasse Schakko. Hacke ich doch. Hitzcrank mag ich auch nicht. Hitzcrank mag ich auch nicht. aber er hat mir geklaut gegen alles cool porto direkt zurück das dachte ich mir schon so was wieder zack oah schacko bei euch Auf dass der Sturm mir folge. Loi. Ach, ist schon wieder bei dir? Ne, Anivia. Loi. 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 Ja, ich habe den typischen Fehler gemacht, gegen Shaco sollte man immer erst dann smiten. Wenn du es verfeißt, warum machst du es nicht? Keine Ahnung, ich wollte keinen Blue. Letzten Bier können geben. Niemals. Dafür kriegt er im Late Game auch gegoschen. Ne, ein Volibear ohne Blue-Buff am Anfang ist schon nicht so feierlich. Selber schuld. Jetzt gibst du es mir aber richtig hier, wa? Ja. Der dient. Ja, ich merke schon. Jan, wo der Shaco ist. Tja. Bei mir. Echt? Ja. Ja. Aber du findest den aber auch immer, ne? Ja, jetzt hat er mir noch meine Krabbe geklaut. Jetzt kommt auch noch der Jasu entgegen. Oh Mann. Das ist wieder ein Early, wie es im Buche steht, ey. Ja, ist egal. Hauptsache nicht Feeden in Shaco. Der Rest ergibt sich im Late Game. Der Rest ergibt sich im Late Game. Oh, hier läuft so ein kleiner Leckerbissen rum. Was, ein kleiner leckerer Shaco? Ne, ein kleiner leckerer Bleschhaufen. Achso, der. Haha. Ich glaube, ich muss gleich mal ein bisschen in die Mitte sitzen. Warum? Dass der Jasu nicht zu fett wird. Achso, Gott. Okay. Achso, Gott. Okay. Ich habe keine Mana mehr, mein Freund. Die sind immer noch zu dritt hier auf der Bot Lane. Ich glaube es ja nicht. Ja, ist cool. Alles farmen, was der Shaco verpasst. Derzeit kann er dir halt auch nichts klauen, ne? Ja, das kann er jetzt eh nicht mehr. Also schwierig. Kann ich mich nicht mal mehr heilen. Hm. Ah. Zuerst mal mein Jungler-Alte mir holen, ne? Ist er euch auch so warm? Mhm. Furchtbar. War mir schön. Wer sagt das? Ich. Ich war nicht in einer Dachgeschosswohnung. Selber schuld. Naja, irgendwelche Menschen müssen halt auch unterm Dach wohnen. Die können ja nicht alle leer stehen. Am Anfang fragst du dich noch, oh, für die Quadratmeterzahl aber günstig. Ja, wenn es schlecht isoliert ist. Ach, es geht eigentlich, aber ich mein, bei 36, 38 Grad hilft auch die Isolierung nicht mehr viel. Das stimmt. Na, alles Mist hier, was hier los. Ist das dann Isolierung oder Isolation? Ne Isolierung, gell? Ja, Isolation ist ein bisschen was anderes. Aber kommt es nicht eigentlich aufs Gleiche raus? Ich meine, okay, ich weiß, dass man sagt man in so einem anderen Zusammenhang, aber ist ja auch eine Isolation, oder nicht? Na gut, dass morgen Freitag ist. War nicht morgen Freitag. Ne, nur das war meine Antwort auf deine Frage. Ping, ping. Ah, der wird wohl nicht mal nen Rat machen, der Gangster. Oh ne, Yasu ist unten bei euch. Say hello to the Yasu. Ah, der will ich. Loll. Das haben wir echt weggekommen. Dammit. Da pingste und pingste, er soll zurückbleiben. Was macht er? Ja, er sprintet rein und beschwert sich dann. Hehehe. Oh verdammt. Was ist denn da, wo ihr euch habt? Hm, nicht viel. Es sah alles gefährlicher aus als es war. Ach so. Ja, die Anivia passive ist immer ganz gut. Wie schaut denn das allgemein aus? Ja. Ja. Nur auf den Yasu ein bisschen aufpassen. Vertraue deinen Inseln. Ich mag diese Tonart dieses Lucianos nicht. He, Luciano. Furchtbar. So dieses, dieses Befehle. Kann ich mit leben. Ich aber nicht. Den nehmen wir gar nicht ernst. Vorher muss ich erstmal vor ins Mitte gehen. Oh ey. Braucht doch gar keinen Gang. Das ist so gut. Jetzt habe ich ja auch Mana. Dass. Aber der Luciano macht ja lange abends… Warte mal. Ah, nee. Oh, lol. Oh. Da war der Chaco auch noch da. Am Tag ist es. Hättest du jetzt mal Macht wie je gespielt, hättest du können flitzen. Ja. Obwohl Volibear auch nicht der schlechteste Flitzer ist. Das stimmt. Der hat wenigstens noch was zum zeigen. So wie damals der Jedi-Bohnenstange. Was der Sturm mir folgt. So jetzt habe ich auch dieses Jungler, äh Jungler-Item. Dieses Supporter-Item. Aha. Ich muss mal dran lenken, dass ich mal mein Wort-Item austausche. Oh ich vergesse dann auch total oft. Blitzcrank ist on Tour irgendwo hier. Mhm. Mh. Aber der spielt Kritzcrank irgendwie fast so schlecht wie ich. Oh ich komme mal bei euch vorbeischauen. Ich habe aber noch kein Ulti. Aber ich habe ja diesen zu. Ja. Geht doch. Wollen wir den machen? Ja. Bessere Chance kriegen wir nicht. Ja. 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 Auch rechtzeitig. Genau rechtzeitig. Ja. Olaf Mensch. Wie stehst du denn gut? Zwei, drei. Ja. Ja, geht aber. Oh, scheiße. Schön. Gleich bei dir. Ich hab keine Mana mehr. Ich hab keine Mana mehr. Oh Gott, der hat bestimmt Ulti. Kann nix mehr machen. Ich hab kein Leben und keine Mana. Ui, ui, alles cool. Was ich nur mal gesagt habe. Aber vielen Dank für die Rettung. Kann ich nur anjubeln, wenn er das bringt. Ich glaub, er möchte dir bedeuten, du sollst dich vom Acker machen. Ja, weil Shaco gekommen ist. Hab ich aber gesichtet. Da ist er. Well timed, well timed. Alles cool. Ja. Keine Panik auf der Titanic. Boah, hier geht ne Kaffeemaschine. Das ist cool. Ob ich wohl auch einen Kaffee bekomme? Um die Uhrzeit kannst du wieder nicht schlafen. Ah. Dem Schlaf wird überbewertet. Das soll ich auch machen. Derzeit kann man weniger Blödsinn anstellen. Derzeit kann man weniger Blödsinn anstellen. Und gehen wir ihm den Twisted holen, wenn der nicht will. Oh. Oh. Oh Mann. Das ist ja nur ganz, ganz knapp. Ja, aber die lagen vorne die ganze Zeit. Ja gut, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden. Ne, lass das mal bleiben. Das mach ich doch auch gar nicht. Ja nie, wir haben mit ihren 25 Siegen in Folge. Macht's uns aber nicht unbedingt leicht. Komm mal zu euch. Oh, vorsichtig, das ist der Falsche. Auf dass der Sturm mir folge. Oh, kein Pinkrohr. Oh, der hat da ein Pinkrohr hin gesetzt. So, da kommt irgendwo ein TP. Schön. So, bleib schön hinten beim Tower. Komm, ich krieg wirklich keinen Kaffee. Hä. Jetzt hat ganz schön gemeint, ich werde hier in dem Haushalt total diskriminiert. Haha. Dankeschön. Wie ist das? Hast du ganz umsonst rumgeheult? Nicht geheult, ich hab nur festgestellt. Ist da Milchzucker drin? Gar nicht. So, jetzt wollen wir mal die Midlane hier einreißen, wa? Die Midlane hat die Hände am Sack. Hände am Sack. Was? Eigentlich heißt das nicht die Musik, aber ist auch egal. Oh, warum hab ich denn hier wieder Tower-Argo? Hast du gar nicht? Ich hab die. Oh, weil du das mit mir geklaut hast. Könntest du gerne wieder haben. Okay, der ist raus. Toll. Denkst du? Hm? Wollen wir Drake machen? So, machen wir gleich. Diese Minions hier noch. Das zittert vor meinem Glückwunsch. So, gern machen. Mit der da Chaco ein großes Problem ist, finde ich jetzt irgendwie mal gar nicht. Ne, noch nicht anfangen. Wollte nur mal checken, was hier so abgeht. Da kommt nämlich schon der Blitz. Mein Tod. Oh ne, renn weg. Renn weg. Das zweite Mal keine Chance. Was? Autschen. Autschen? Autschen kenne ich irgendwo, ja. Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Werden wir öfter von mir kommen. Oh, jetzt gehen wir mal runter zum Drake-Dach. Ich hab hier was gefunden. Wusstest du gar nicht, dass du was gesucht hast? Ich auch nicht, aber manchmal findet man einfach so Sachen. Hm. Meistens dann, wenn man gerade nix sucht. Unser Mithauer. So, okay. Da ist auch gar kein Zucker drin. Oh, 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 oh. Irgendwer müsste mal mit dir gehen. Er auch mit da. Das ist gut. Ich auch, aber ein Stück brauche ich. Ey, der hat mal so... hat seine Wall gemacht. Yum, 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 yum. Lecker, Yasu. Das ist kein Zucker. So war das doch gar nicht gemeint, Jungs. Ich bin noch in Frieden hier. Ach, du prübelst dich schon wieder. Boah, brutal der Frau, ne? Ich bin noch mal vorbereit. Oh, jo. Hat doch gut geklappt. Ich finde, wie das läuft. Jo, jo. Ich finde die, ihr macht sie tot. So machen wir das. So, dein Tor wollen wir doch jetzt auch noch. Ja. Uah. 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 Oh, oh. Jetzt muss ich mich gleich erst mal ein bisschen heilen. Oh. Oh, oh. Ihr sollt euch doch nicht immer prügeln. Ja, was soll ich denn machen? Wenn die sich hier prügeln und ich habe keine Mana. Ich sterbe immer dann noch. Lauf. Huch da, huch da. Ah, was haben die denn für ein Problem mit mir? Ich habe denen gar nichts getan. Los, verteidige Rabben. Immer. Alles cool. So, jetzt kann ich aber auch noch mal Base gehen. Da hast du eh kein Geld für dir was zu kaufen. Nee. Aber noch mal voll heilen. Leis. Das sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. Ist aber noch. Guck mal, ich habe 1, 1, 11. Oh, ist doch cool. Für einen Supporter. Oh, das ist doch meine Bar. Ja. Ich bin ja eigentlich nur ein Smurf. Ne? Mein eigentlicher Account steht ja auf Platin. Ach so. Der Donner. Oh, genau. Mal Botlane clearen. Ich sehe halt irgendwie keinen. Außer den kleinen Fazke auf der Botlane. Ich sehe halt irgendwie keinen. Außer den kleinen Fazke auf der Botlane. Du kannst gerne etwas nehmen. Oh, wenn du das mache. Und du kannst das gerne machen. Dann ist das einen Video über den Schadenaden. Du kannst das tue. Wenn du auch schon sagen öfter. Dann bin ich, du kannst ihn ja erstvändig. Wir haben keine Einstabschlrehung. Du kannst eine Räume nehmen. Verge. Du kannst sie nur in der Schadenaden. Im Liedert familien. Und du kannst ihn nicht mehr aus. Du kannst ihn erinnern. Boah, der hält einfach viel zu viel aus, der Yasu, ne? Oh, der Ding ist hier auch. So ein kleiner Glückskäfer. Hm, das bringt hier so aber nichts. So, Blitz. Das war jetzt auch genug. Los Ram, tu was, die haben mich getötet. Die haben mich ganz schön versaut. Boah, bin ja nicht bei euch. Ja, nie bist du da, weißt du? Entschuldigung. Ich mach dafür ein bisschen die Mitte. Bist doch Jörnick Burnison oder wie der heißt. Der hat von mir gelernt, ja. Ach so? Ne, Jörnick Burnison heißt der, gell? Keine Ahnung. So, den Tower reißen wir mal ein. Ich würde mal sagen lassen, der Topland Tower fällt auch. Schau mal, das schaut ja gut aus. Ich würde sagen, wir kommen noch Gold, oder? Äh, bin ich doch schon. Ich hab Gold nicht. Der Ram kannst du mich nicht mal hochspielen. Ach, da ist auch noch. Ja. Ne du, ich hab schon alleine lange genug gebraucht. Ja, aber weißt du, wenn man einmal da ist, dann geht das beim zweiten mal viel schneller. Da magst du recht haben. Siehste? Mach ich trotzdem nicht. Ich wollte dir was von meinem Bananenbrot abgeben. Die kann ich jetzt auch abhaken. So, der dritte Drache für uns. Ja, eigentlich haben wir das Spiel schon lange gewonnen. Der Gegner weiß es nur noch nicht. Das klingt aber sehr überheblich. Ja, ich bin überheblich. Ich bin schließlich Penne OP. Joa, da hast du recht. OP Rami ist ja erst unterwegs. Uh, da kommt auch ein böser Jasu. Und hier ist unser Team immer an fünf verschiedenen Orten. Haha, Olaf kommt ihm entgegen. Schön. Ich hab meinen Dschungel. So geht das. Du bist erst einmal gestorben. Mhm. Ich bin ja auch ein dickes, fettes Volibear. Ja, das stimmt. Aber Volibear ist eigentlich ganz niedlich, ne? Boah. Boah. Ja, auf jeden Fall niedlicher als Frondel. Ja, da gehört auch nicht viel zu. Weil der Oberkörper ist schon nicht von schlechten Eltern, ne? Von dem einen Spin. Boah, fast wie bei mir. Hehehe. Wat lachst du? Ich bin jetzt wieder voll fleißig. Ich trainiere regelmäßig. Naja gut, wenn ihr mal von der Bodenstange hier zum richtigen Kampfgewicht geworden müsst, reden wir mal weiter. Hohoho. Oh leu. Ich hab Standbild. Dürfst du? Nö. Oh, vielleicht. Na gut, mach ich doch mal nen Flitzer. Haust du ab. Haust du ab. Geh weg, du stinkst. Du riechst ne Maggi. Genau. Haust du ab. Haust du ab. Ah. Ah. Oh. Jetzt riskiere ich's. Nein! Ich hätte ihn noch gekriegt. Verdammt. Vorbei mit deinem Kindergeburtstag dahin. Ah, ich hab ihn verarscht. Ich hab ihn zum Tower gezogen. Und wenn euch das Game gefallen haben, sollte Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ran.